Hey Leute, das ist ganz höher am Willkommen bei WTN Germany. Opposition erneuert Rücktrittsforderung an Familienministerin Spiegel. Anne Spiegel hat für ihre vier Wochen Urlaub nach der Flutkatastrophe um Entschuldigung gebeten. Der Union reicht das nicht aus. Rückendeckung erhält die Ministerin nun von Kanzler Scholz und Landeschefin Dreyer. Mit einer eigenartigen Erklärung über ihre familiäre Notlage und einer Entschuldigung hatte Bildungsministerin Anne Spiegel, Grüne, am Sonntagabend um Verständnis für ihr Verhalten nach der Flutkatastrophe im Ahrtal gebeten. Doch die Kritik an ihrer vierwöchigen Auszeit reißt nicht ab. Er habe persönlich Verständnis für die private Situation der Ministerin, sagte CSU-Generalsekretär Stefan Mayer dem Deutschlandfunk. Doch es gehe nun um die Frage, ob Kanzler Olaf Scholz, SPD, in jeder Situation ein voll handlungsfähiges und starkes Kabinett habe. So sei es anerkennenswert, dass Spiegelfehler eingeräumt und sich entschuldigt habe. Die Frage, die sie stellt, ist nur die, weshalb sie offenkundig die Unwahrheit gesagt hat, als sie behauptet hat, sie hätte während ihres Urlaubs an den Kabinettssitzungen in Rheinland-Pfalz teilgenommen. Das ist aus meiner Sicht nicht erklärlich. In den vergangenen Tagen hatten mehrere Unionspolitiker gefordert, Spiegel müsse ihr Amt abgeben. CDU-Chef Friedrich Merz rief Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, auf, die Bundesfamilienministerin zu entlassen. Merz hielt der Politikerin vor, ihr seien Urlaub und das eigene Image wichtiger als das Schicksal der Menschen an der Ahr gewesen. Spiegel steht wegen ihres Frankreich-Urlaubs zehn Tage nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 in der Kritik. Sie war damals rheinland-pfälzische Umweltministerin. Den Urlaub hatte sie mit einer dringend nötigen Auszeit für ihren... Hey guys, this is Gansham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.